Hä? Seit wann gibt's den Innenhof? Hallo. Echt? Aber ich war doch nicht hier drin. Ich auch nicht. Es gibt einen Innenhof? Das ist ein bisschen kei... Was? Warum hab ich... Satz Körper ist vor mir, zwischen mir und der Wand auf einmal gewesen. Bei mir auch. Und das nicht auf die jugendfreie Art. Donut. Bending. Nicht überzeugt, nicht überzeugt. Okay, Geisterereignis, Sanity und Räucherwerk. Räucherwerk wird schwierig. Ich bin mir relativ sicher, ich bin weg. Genau, mein Programm ist weg. Masmophobia existiert nicht mehr. Ah, jetzt bin ich dran. Wir machen wie gerade, oder? Ja. Otter, möchtest du diesmal das Geräuschding haben? Ja. Oder willst du Geräuschding-Sie, Dixon? Ja, ich mach mal Geräuschding-Sie. Ein Geräuschding-Sie liegt auf dem Boden. Ich hab ein Dotz und ein anderes Geräuschding-Sie. Parasound V3, das ja... Warum hat denn das eigentlich drei BNC-Antennen? Weil es das gut kann. Ich hab ein... Und warum hattest du nur... Eine Box und ein Dotz. Ich hab ein Dotz und ich hab ein Geräuschgedöhnt. Warum hattest du nur noch 98% Akku? Was muss ich, was du damit gemacht hast? Ich habe bald Geburtstag und wünsche mir Brownies. Viele. Viel Spaß beim Backen. Wollen wir los? Ich weiß, wer die backt. Ja, das weiß ich auch. Aber da bei Plecci ja schon normalen Mengen sein sind... Was sind da normalen Mengen... Was sind viele bei Plecci? Noch mehr. Ja, noch mehr. Ich lauf dem Otter nach. Dann verfolge ich, Dex. Wir gehen mal hier lang. Dex, ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr mit Essbaren eingerieben. Brauch ich nicht. Oh, es ist ziemlich genau vor mir, aber nicht sehr weit. Ja, ich hab auch irgendwas. Aber ich bin sicher, ob ihr das seid. Jetzt soll ich mal hier Privatsphäre... Ich hab nicht Box dabei. Ich hab Dings dabei. Jetzt ist es auch vor mir, aber in die andere. Ich hab aber gerade die Tür gehört. Das war ich. Ich auch. Aber ich glaube, die anderen zwei sind da lang. Wir sind links. Ja, das hab ich gehört. Das sind Bad Koppelrad und Wiese. Ah, die Besten. Ungefähr vor uns, aber wenn wir nicht hier, können wir nicht durchlaufen. Wir gehen also wieder zu den Frauen. Na doch. Hä? Seit wann gibt's den Innenhof? Keine Ahnung. Echt? Aber ich war doch nie hier drin. Ich auch nicht. Es gibt einen Innenhof? Ist man hier drin safe? Man ist ja nicht im Haus. Ja. Ist nicht im Haus. Habe ich genau vor uns? Ist schon immer? Nee, den gab's nicht immer. Also in der alten Garte gab's den nicht. Sicher? Ja. Okay. Damals, als es noch das Asylum hieß, gab's das noch nicht. Ich glaube nicht. Weiß es aber nicht. Dann wirst du herausfinden, wer dir deine Herzbrownie backt. dü, 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 dü. Es ist bestimmt sein Chauffeur. Aber hier ist ein... so, wohntı. Also ich hör nichts mehr. Aber hier war's irgendwie. Aber interessant ist auch, dass ich euch trampeln gehört hab, mit Kani nicht. Äh. Kommt drauf an, wo du... Der Wecker macht, der klingelt noch. Also der... Weißt du das? Nö. Es kommt auch drauf an, wo du das Ding hinhältst. Das Ding hat ja auch einen Radius. Einen Arc. Ja, ja, was kann ich von mir? Ach so. Dann ist Kadi einfach zu leichtflüssig. Vielleicht braucht sie ein oder zwei mehr Braunies. Ich will mal wieder welche backen. Aber ist nicht gut für den drei Sternerhintern. Oh. Komm drauf rein. Sag doch sowas nicht. Ich hatte tatsächlich heute veganes Abendessen. Das ist mir aber vorhin erst aufgefallen. Kandal. Ich hatte kein Fleisch. Ich hatte kein Fleisch. Nein, er hatte keine tierischen Produkte. Okay. Ja, ich hatte Kartoffeln, Erbsen und Wallis. Oh, der Schwimmlehrer sagt übrigens, dass ich schwimmen kann. Das heißt, du hast keine Angst mehr runterzugehen? Das hatte ich vorher schon nicht. Irgendwie da lang gewesen. Aber wir haben ja Technik gemacht. Und scheinbar... Scheinbar scheint neun Schwimmstunden Technik dafür zu sorgen, dass man halbwegs hinkriegt, was man hinkriegen sollte. Da müsste hier sein. Na, jetzt rennt er da hinten rum. Toll. Der Satz jetzt oder der Geist? Geist. Der Satz ist... Wo ist denn Satz? Der ist... Hier vor uns rein. Geräusche hast du auch gehört, ne? Ja. Ja, ja, hab ich auch gesehen. Jetzt hab ich auch Satzgeräusche gehört. Ich würd's sagen hier, oder? Da schon wieder. Also... Ich kann zumindest nix unboxen. Ich kann ja mal rausgehen. Mach nochmal. Hier in den sympathischen Raum kamen Krabbe-Rotbräuchler. Sag doch mal was. Ich mach das bei Text, weil... Soll ich hier unten mal so ein Geräuschdings aufstellen? Ich kann da mal ein Geräuschdings hin, ob das Zufall war oder nicht. Er hat geredet. Das Geräusch hab ich gerade gehört, aber das war ein Motor da außen. Also das finde ich, glaub ich, immer am besten. Nee, ich hab nicht gehört, wie er geredet hat. Der hat mich nur zu fahren. Der soll mir nichts backen. Komm mit. Ich komme. Hier unten ist ganz schön viel los, ne? Er ist hier draußen irgendwie. Nichts in der Box. Schauen wir mal raus. Ja. Da geht's gar nicht weiter. Bis wir schon an der Treppe sind. Sind wir? Äh, ja, hallo? Habe ich dich schon wieder zurückgelassen? Ja. Ich hoffe auch, dass ich ihn an meinem Geburtstag nicht sehen muss. Wieso denn? Vielleicht mag er dich. Wer mag jetzt wen? Blecky-Chauffeur, Blecky. Mehr Informationen. Ich glaube, das würde bedeuten, dass Blecky arbeiten muss. Deswegen möchte ich ihn an seinem Geburtstag nicht sehen. Jetzt bin ich raus. Ja. Ah, ich höre euch. Okay, verstehe. Ihr seid das. Okay. Es waren zwei Dorte, die sich bewegt haben. Verstehe. Ja. Das sind meistens die anderen. Und wenn der Geist in der Nähe ist, wird es manchmal einer weniger. Er ist irgendwie hier. Aber der scheint still zu sein. Er ist auf jeden Fall in diesem Blügel da. Da schlägt es aus, restriktet. Hä? Wie gerade schlägt es bei uns, aber restriktet aus. Nee, bei mir schlägt es gar nichts aus. Wieso? Okay, doch. Bei mir schon. Mal hier rüber? Nee, ne? Also bei mir ist tatsächlich gar nichts. Wir müssen wieder reingehen. Ja. Schauen wir doch mal. Dex hat es erfasst. Irgendwo hier. Ich sehe zwar, dass da nicht ganz ist, aber ich sehe leider nicht die Ergebnisse. Aber das habe ich gesehen. Hallo, Fresh. Sei gegrüßt. Wie geht's dir? Was gab's zu spielen? Wie war der Stream? Und was gab's zu essen? Warum schaust du dieses Bücherregal an? Weil ich es kann. Da sind Bücher drin. Und danke für den Shoutout. Ey, so und du? IFC 24. Ja. Hätte ich jetzt natürlich fast erraten können. Und Dinge vom Frittenwerk. Oh nice. Das Schöne ist, wir haben demnächst auch ein Frittenwerk bei uns. Wir haben auch ein Frittenwerk seit einer Weile, aber ich habe es noch nie benutzt. Also, ich war noch nie da. Ich habe es noch nie benutzt. Ja. Ist ja nicht falsch. Ja. Jetzt höre ich irgendwie nichts mehr. Habt ihr mehr Erfolg gehabt als wir? Nö. Komm, wir sind mal hier lang. Also, ich höre auf jeden Fall die klassischen Umgebungsgeräusche. Die hatten wir unten aber auch. Wir hatten unten aber zwischenzeitlich auch was, was klang. Als wäre es was. Er hat geredet hier oben, aber... Das ist, glaube ich, schon interessanter. Dann machst du mal die Taschenlampe aus. Das T, die funktioniert nicht, weil die Lampe in der Hand hat, ist auch immer albern. Er muss jetzt genau hinter dieser Wand sein, aber ist nichts. Oder? Wer weiß, vielleicht gibt es ja ein verstecktes Geheimnis, das sie... Upsi. Das ist richtig. Oder man kommt hier hinten irgendwo... Er ist nicht so weit weg, Satt. Ich komme nicht so weit raus. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich habe mich nur gerade erschreckt, weil ich habe meine Taschenlampe nicht auf den Boden oder auf die Wand gehalten und schon war das Licht aus. Hier ist zumindest nochmal ein Raum. Geh rein in den Raum, damit ich die Dotser sehen kann. Da ist noch eine Tür. Ja, ich weiß aber... Das Projekt hat ziemlich Sinn los, oder? Also die Kameras, die Kopfkameras sind so beschissen... Hier ist die Tür zumindest halb offen. Liegt aber vielleicht auch schon, dass das Tier 1 ist. So. Ja, ja, die Dotser sind so beschissen, dass du... Äh, die Kamera, die Kopfkameras sind so beschissen, dass du eigentlich kaum was siehst. Im Sinne von, es ist super pixellig und es könnte... Die Hälfte davon könnte Dotser sein, oder halt nicht. Aber war was genau hinter dir, Satt? War was hinter mir? Hast du gerade gehört? Du hast halt geredet. Dort, im Raum. Hier im Raum. Hm. Dann machen wir das mal andersrum. Dann stellen wir hier drüben die Dotser hin. Ich glaube, ich habe Geisterschwaden. Ja, wir haben Geisterschwaden. Und eine Box. Ja, meine Box und Geisterschwaden. Das ist ein Phantom. Okay. Okay, dann kommen wir zu euch. Wo sind sie denn? Ich glaube, wir sind die Platzierend durch. Ich schmaß mal die Box. Ah, da seid ihr. Siehst du es? Hallo? Ah, ich bin rausgetappt. Kommst du mit? Mhm. Ich habe eine Dots. Ich habe ein Buch. Wollen wir noch so ein Geräusch aufstellen? Denken Sie es mitnehmen? Ja. Wollte ich gerade. Dann musste ich nur kurz andere Geräusche. Ich kann die Maus nicht mehr bewegen. Ich kann nur noch Taschenlampe ein- und ausmachen. Gut, in deine Richtung. Okay, wir kommen. Willkommen zu dir. Einfach nochmal tappen und wieder zurück. Nee, ich kann nicht mehr reintappen. Ich kann nicht mehr dieses Spiel reintappen. Warum hast du überhaupt rausgetappt? Das weiß ich nicht. Auf einmal war meine Maus... Hat sich die Maus vom Fenster gelöst und dann war ich außen raus. So, können wir durch die Dings nähen, ne? Da gab es keine Tür. Das heißt, wir müssen da irgendwo abbiegen. Dann bleibe ich jetzt wohl offensichtlich hier drin und warte, bis ihr... In die richtige Richtung nach den Geräuschen. Achso, nee, er läuft... Der Geist ist zwischen euch und uns. Ich kann auch noch... Wir haben den Außendings gefunden, aber das ist dahinter gewesen. Ah, und jetzt geht's. Offensichtlich war das Spiel... Das Spiel der Meinung, ich hätte die Box aktiviert, obwohl ich sie nicht mehr in der Hand hatte. Ja, weil es vorher aktiviert... Ja, ihr seid richtig. Ihr kommt auf uns zu. Ja, I see. Ich hab mal die Box vor den Raum gelegt. Der Geist ist im Gang neben euch gewesen gerade. Super. Wenn der Geist im Gang war, dann mach ich hier auch noch mal einen Dotz ran. Ja. Aber er schmeißt hier hinten Zeug durch die Gegend. Da hinten? Äh... Dann schmeißen wir doch da hinten mal das Buch dazu. Also, ich hab direkt neben den Dotz eine Antwort bekommen. Ich hab mal so ein Ton-Ding aufgestellt. Wo ist mein Otter? Bei mir ist er draußen im Gang. Ja. Okay, dann pass auf. Ich werf das Buch mal einfach auf die Schwelle. Nämlich hier. Okay. Wollen wir auch Zeug holen? Jo. Jo. Wollen wir mehr Zeug? Jo. Komm, wenn sie hier rumstehen bleiben, hilft glaub ich. Vor allem... Naja, um die Dotz zu sehen halt noch, wenn er durchläuft. Hm. Ist das der richtige Weg, Satt? Ich glaub ja. Schön. Läuft ihr einen anderen Weg als ich, oder lauft ihr mehr hinterher? Wir laufen, glaub ich, im Ausgang. Wir laufen den anderen Weg. Wenn ihr mehr hinterherlauft. Und wenn ihr mehr hinterherlauft, seid ihr denn wahnsinnig? Wir sind noch richtig. Ah, hier vorne müssen wir, glaub ich, rechts dann. Hi. Ja. Ah, guck, wir laufen euch entgegen. Ja. Obwohl wir am gleichen Ziel gestartet sind und am gleichen Ziel einkommen wollen. Ja, wir sind wahrscheinlich einfach genau auf der anderen Seite vom Gebäude. Genau. Das ist der Weg, richtig. Das ist der Weg. Unser Weg war viel besser als euer Weg. Oh, hier ist es. Aber das ist der Weg. Das mag ich. Haben wir zufällig irgendeine Kamera dahin gerichtet? Das wäre doch mal... Haben wir eine Kamera? Nein. Sensationell. Ne, im Sinne von... Wir haben keine Kamera, aber es gibt ja feste Kameras in diesem Ding. Stimmt. Das wäre ja sensationell. Wir können ja nicht so viel mitnehmen. Was müssen wir denn überhaupt noch machen? Müssen wir räuchern oder so? Ja. Wie denn? Ach ja, mit Räucherwerk. Na, dann machst du das. Aber nicht. Du kannst es versuchen mit Kerzen. Das geht doch nicht. Oder? Naja, du kannst es rausfinden, ob er Spaß an Flammen hat. Ob er Wachsspielchen mag? Ja. Ja, okay. Ich probiere mal, ob er Wachsspielchen mag. Ich nehme meine Foto-Kamera mit. Achso, was ist jetzt mit dieser Geräuschgeschichte? Also ja, er scheint geräuschmäßig da zu sein. Ja. In the kitchen. Es war aber gerade eben auch was unten in der Restricted Area. Mhm. Ja, das... Jetzt habe ich... Ich meine, ja, es ist definitiv da unten, äh, da oben, aber... Mach mal die Restricted Area größer vielleicht, ähm... Was haben wir jetzt? Die Zwillinge sind noch drin, ne? Mhm. So. Mach mal die Restricted Area mal größer. Kann es hoch sein, so muss nicht hoch sein. Dann bräuchten wir die Gefrierttemperatur und M5, können wir beides nicht beweisen. Ja. Wir haben aber an beiden Stellen tatsächlich, äh, Ausschläge, wobei Kitchen ist immer noch das Größte an Ausschlag. Ja. Und Restricted Area ist hier unten, ähm... Also bei mir schlägt Restricted Area ständig aus. Ja, ja. Ja, bei mir schlägt es auch ständig aus. Aber die ist, schau, die ist da unten, ist sie. Ich weiß. Ja, ja. Das heißt, die überlappen sich aber auch nicht. Nee. In keinster Weise. Überhaupt nicht. Ja, das sind definitiv zwei. Wollen wir die Zwillinge einstellen und heimfahren? Ja. Weil, äh, das eine, äh, ist das 50-Hertz-Proben von der, äh, von den Kitchen, aber das ist ja konstant, aber es sind beides entsprechend stark. Gut. Möchte noch jemand irgendwas tun? Dringend. Nö. Dann fahren wir. Hoffen, dass es riecht. Jupp, das tun wir immer. Es war ein Fatou. Fatou. Nein, nein, Onryo. Na, du kleinen Onryo, du. Merlin ist ja auch ein Onryo. Oder? Was bist du? Holtergeist, eindeutig. Nee, ist mein Onryo. Er hat Belohnung gehört und jetzt ist er da. Mhm. Ich hab nichts gekriegt, nichts. Ich auch nicht. Alle nicht. Im Geisterraum verbrachte ich zwei Minuten. Hm. Dann war es nicht der Geisterraum, oder? Also ich war definitiv... Das muss ja noch in der Küche gewesen sein. Ich war definitiv länger als zwei Minuten, äh, in der Küche. Hm. Wobei ich auch, warum war denn der Geisterraum, du? Das sieht man nicht. Man sieht nur, welcher Raum der Knochen war. Ja, das war in East Fowl. Wo war der denn? Das hätten wir nie gefunden. Ich hab nämlich mal eine Ahnung, wo das ist. Ein Patty ist eine süße Schnüffelgase. Aber er ist nicht aus seinem Raum rausgekommen. Es muss die Küche gewesen sein. Er ist so viel rumgerannt, dann muss es eigentlich der Flur gewesen sein. Nee, ich hab ihn ja, äh, ihm, äh, in der Küche angesprochen. Ich hab ihn aber auch im Flur rumrennen gehört, laut Gerät. Vielleicht ist das Gerät einfach, weil es kein Tier 3 ist, äh, ein leicht federanfälliger. Keine Ahnung. Aber es ist auch kein Tier 1, ne? Ich weiß. Das ist ja das Seltsame. Oder diese, äh, dieser Location hat einfach noch viel mehr Spaß. Wir gehen. Dex geht nicht. Dex kuschelt mit seinem Häschen. Mhm. Genau. Prioritäten. Jo. So wichtig. Von dem Häschen auch bei uns auf der Straße habe ich erzählt, oder? Hm, nein. Wenn, jetzt so trotzdem... Tja, siehst du. Dex war nicht da, oder? Nein. Hast du am Donnerstag mal erzählt? Hm. Oder Freitag. Nee, Freitag hat das. Letzte Woche zum, zum Schwimmen gefahren und dann dachte ich mir, das ist aber eine komische Katze und dann war die komische Katze ein Hase. Mhm. Eine langere Katze. Langere Katze. Fairy heute ist einer meiner Katze. Ich bin hm. Nein, ich bin klar.